Hallihallo und willkommen zum dritten Update. Ja, gerade eben ist mir aufgefallen, dass es in die dritte Runde geht. Nein, Münzen wollen wir nicht kaufen. Wir wollen hier dieses dritte Level spielen, was gerade aufgetaucht ist. Und es geht auch gleich los. Die Piñata Party. So, da hat man gar nicht viel Zeit lang rum zu überlegen. Es geht sofort los. Oh, okay. Das ist mal ein cooles Teil. Kann man schon sagen. José Jalapeno, sozusagen. Honestique. Na, damit warten wir mal noch ein bisschen. Mimplatt machen. Ja. Und den natürlich auch noch. Oh, falsch gesetzt. Na ja, gut. Nehmen wir halt den. Hm. Oh, da kommt aber so einiges jetzt an. Na, da lohnt es sich mal. Irgendwie ist die Jalapeno, die Explosion zumindest nicht so schön wie im alten Spiel, muss ich ehrlich sagen. So, den Jalapeno heben wir uns mal auf. So. da wird es mal zeit aber kann man spezialdünger benutzen da wird das spiel ganz schön langsam das fängt ganz schön an zu ruckeln da merkt man dann doch dass so ein iphone 4s nicht unbedingt das leistungsstärkste ist oder das spiel einfach zu anspruchsvoll wird so alles voll mit katholinen da müssen sie erst mal durchkommen die zombo letten oh je das ruckelt da müssen wir mal ein keller bingo zünden da oben auch und hier natürlich auch mal sehen das ist glaube ich noch nicht die letzte welle oder das ist die letzte wille doch ist die letzte welle ok na gut dann können wir ja hier noch mal hier in jalapeño hinsetzen und hier und dann müsste das das ja eigentlich schon wieder gewesen sein ja sieht gut aus nein noch nicht ganz ist immer noch einer übrig weg mit der da müsste jetzt passen immer noch nicht ja herrschaft jetzt aber okay nehmen wir den da 500 münzen nochmal 500 machen wir den noch 250 ok also nicht besonders viele münzen aber immerhin klein viel macht auch misst so hol dir deine belohnung und was ist jetzt das du bist wirklich unglaublich und verdienst den namen absolut senior pinata hast du meinen taco gesehen senior pinata er war ungefähr so groß es reicht diese anomalie muss unterbrochen werden bevor benutzer dave zu anhänglich wird so und jetzt okay was ist denn das neues cola pult kostüm und was bringt uns das jetzt was bringt uns denn jetzt das cola pult lasst uns das mal ausprobieren also es ist keine extra pflanze es scheint ich darf mal kurz testen nehmen wir einfach mal irgendwas ist ja wurscht so was bedeutet denn das cola pult kostüm das habe ich noch nicht ganz raus noch nicht verstanden nehmen wir uns mal so naja das kommt jetzt natürlich woanders das zombie line was bringt denn das cola pult ist das nur ein kostüm oder bringt das wirklich mehr ok also das cola pult sieht nur anders aus es scheint keinen effekt zu haben ich werde mal gucken was mit dem spezial dünger passiert ich würde sagen da hat sich nicht viel verändert im cola pult außer das aussehen gut dann unterbreche ich das mal hier ja ihr habt gesehen was man da jetzt kriegt ich sieht so aus als wäre das erstmal nichts besonderes ich beobachte das mal ich untersuche das mal und wenn es tatsächlich irgendwas neues gibt werde ich euch informieren und damit endet unser kleines unsere kleine update reihe zumindest für den moment ich bin mir aber ziemlich sicher dass da noch mehr kommen wird also bis dahin macht's gut viel spaß beim zocken das Marsch das 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 das